leute es ist doch immer wieder schön klitzekleine moped schraubrunde bei mir tue ich mal wieder alles doch kontrollieren bremsbeläge etc pp wie es aussieht ob ich irgendetwas tauschen muss da kommt was da kommt was aus geht's alex mit seiner triumph du bist echt der held der fährst so weit hinter dass es genau neben den felgen steht dass man nicht hin kommt wo man hin will ja besser ist es weiß doch wie weit ich immer rein fahr ja und zwar geht es hier um den kupplungsschalter der hackelt ein bisschen und das moped um anzuschmeißen muss man eben immer kupplungshebel ziehen und den werde ich jetzt schnell raus machen und ein bisschen einsprühen abschneiden abschneiden zusammen löder ja ja genau und dann hoffen dass das ding halbwegs funktioniert das ist doch mir wurscht also bei einer triumph unten die halte nase mit dem schraubenzieher nach oben drücken und dann sieht man den schalter raus ja und eigentlich kann ich den jetzt auch bloß einsprühen schauen dass der etwas gangbarer ist und fertig mehr kann ich da jetzt auch nicht machen vielleicht noch hier mal den gummi runter und die anschlüsse angucken aber das war es dann auch schon mehr kann man da gar nicht jetzt machen ja ansonsten muss der alex einen neuen schalter organisieren und dann machen wir halt da noch einen neuen rein aber das werden wir dann sehen soderle tötötötöt und ähm also ich habe jetzt den stecker eigentlich bloß eingesprüht den gummi habe ich probiert runter zu kriegen aber das ist ja alles so eng verpresst und so und und alles gut jawohl wunderbar äh Moped raus meins rein Super Dankeschön Bitteschön also sehr gut macht wenn es wieder kommt weißt du an was es liegt und dann einen neuen Schalter richtig genau wunderbar da muss man halt dann bloß hier nachverfolgen äh ja wo das Kabel hingeht und wie lang und ob da irgendwo ein Stecker dran ist ach Kackhaufen fast so schlimm wie meiner ja also wie gesagt ich mache jetzt hier die Abdeckung von der Bremsbeläge schnell ab schauen wir die Bremsbeläge einmal an vorne hinten tue die Kette ein bisschen nachschmieren und äh ja genau hinten auch noch Bremsbeläge und dann schaue ich dass ich hier zwei Bleche und das Nummernschild darunter bringe weil das knickt man sonst immer weiter durch und das regt mir auf das will ich nicht und dann war es das heute schon wieder ja Leute der Rest ist schon fertig hier bin ich grad hinten an eine Versteifung zu konstruieren hier haben gottseidank die Löcher gepasst bloß dann über naja da pople ich halt schnell ein Langloch rein dann kann ich das festschrauben ja das nochmal ein Schritt wieder hin machen und dann sind wir für heute auch schon wieder fertig so Kennzeichen ist jetzt auch stabil das hat es einfach durch das Gewicht von dem Ding hier so weit runter gedruckt und äh ja Kette geölt Öl Motoröl nachgefüllt Bremsbeläge vorne werde ich neu organisieren demnächst dann mache ich vorne mal noch neue Bremsbeläge rein und soweit alles mal durchgeguckt gut ist raus damit und dann fahren wir jetzt zum Eierautomaten holen ein paar Eier damit wir unser heutiges Essen zubereiten können ähm das kommt auch noch in dem Video weil das ist im Prinzip äh äh relativ kurze Wiederholung äh von einem anderen Video da machen wir einfach bloß so ein paar Schnipsel Videoschnipsel in das mit rein ja bis nachher dann zu Hause ja auch hier in Lauing haben wir so einen kleinen Automaten ja und jetzt muss ich gucken ob das hier mit der Karte funktioniert die ich da habe keine Ahnung das hat sogar funktioniert mit der Karte vorhalten jetzt haben wir Eier die darf der Alex bei sich hinten in den Köfferchen rein tun und dann fahren wir heim so Leute wieder zu Hause und da ja der Alex unbedingt diesen Crispy Chicken Sandwich auch probieren wollte mache ich den oder machen wir die heute nochmal äh ich zeig jetzt bloß großartig die äh oder Änderungen was wir anders machen wie zum Beispiel jetzt die Kornfleck in so einem Beutel da kann ich die hier drin zerdrücken und ja das ist eigentlich die einzige großartige Änderung wir sehen uns nachher wieder wenn ich so einen Crispy Chicken Teil ja in die Fritte reinschiebe also Leute hier wird im Akkord geschuftet dass wir hier das Essen fertig kriegen ja was soll ich dazu sagen alle eh er ist schuld genau der ist schuld ja klar ja eindeutig du bitte was das muss aber so sein ja unser ganz Gast ganz genau so meine Lieben und nachdem alles doch paniert ist kommt es natürlich wieder in die Fritte wie lange haben wir letztens gehabt irgendwas mit 3-4 Minuten 2-3-4 Minuten und dann hat mir der Thomas Radetzky den Hinweis gegeben vom Körper weg das einzulegen hat er vollkommen recht wenn das Zeug spritzt wie Sau und ja den Vorschlag nehme ich natürlich sehr gerne an und mache das so so dann waren da noch ein paar kleinere so erste Runde ich baue jetzt die Teile geschwind wie gehabt zusammen und nächste Szene dann wenn der Alex in eins rein beißt ja der Alex muss seinen natürlich wieder mit Ketchup haben natürlich Manu hat dieses Mal auf Ketchup verzichtet die hat dazugelernt die Frau Ketchup drauf nein nicht? nein nur die Alina hat Ketchup mit drauf ja ok wir zwei sind was besonderes größer ja so hm 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 ich warte dass du dein T-Shirt voll zapperst wie gehabt egal ich hab was verschieden hm 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 und Fazit hören wir uns nachher an das machen wir dann zusammen hm hm ey Leute alle sind wir noch am essen auch die Alina die hat übrigens Tomate drauf getan mit auch in Ordnung aber der hier ist schon wieder fertig mit Essen hm hm noch ein bisschen zu so schnell fess ja schau mal schau mal das hab ich übrig gelassen jetzt bin ich fertig warum so schnell verschwessen wenn es gut und geil schmeckt dann muss man was tun hm so Leute und nun noch das Fazit ihr dürfts näher treten alles heute per Hand die Aufnahmen hallo Spatzl hallo Fresspoppe ähm Leute ich muss sagen das letzte Mal waren sie fast noch besser ähm wir haben auch gerade noch einen Unterschied festgestellt ich habe heute das Fleisch gewürzt und dann die Panade beim letzten Mal habe ich ja äh die Gewürze schön ins Mehl rein soll ich ein bisschen tiefer kommen das wäre gut ja jetzt bin ich auch groß und äh ja es war nicht hundertprozentig so lecker wie das letzte Mal also das nächste Mal ich nehme mal die Cam in die Hand ja das nächste Mal definitiv wieder das Mehl würzen und dann werden wir sehen wie es dann schmeckt ja aber lecker war es definitiv auf jeden Fall ja wie ich gesagt habe beim ersten Mal war ich nicht dabei für mich war das halt Mörder Mördermäßig Mördermäßig echt? ja war so richtig gut richtig gut deswegen vom letzten Mal kann ich ja mitschwätzen haha ok ähm ja wie gesagt das Essen war jetzt bloß äh noch eine Zugabe zum Moped schrauben äh er darf da am Heimgurken ich muss noch zum Tankengurken und äh Leute wir sehen uns dann das nächste Mal Czojkowski Tschüss und Hauptsache dem hat's geschmeckt ja toll Go!